hallo ihr lieben ja ich habe eine post bekommen ich bin total geplättet und in diesem tollen einhornpapier hier ist das eingepacktes paket und zwar war ich heute mittag kurz einkaufen und kam vom einkaufen zurück und dann stand dieses tolle päckchen mit dem einhornpapier vor der haustür und ich dachte mir das ist wohl für mich weil ja ich glaube hier im haus erwartet sonst keiner post mit einhornpapier drum ja und ich war echt total gespannt wer mir post geschickt hat weil ich habe ja klar über das erwartet man nie aber ja ich habe wirklich da nichts erwartet und ja vor allem habe ich ja auch erst post bekommen von gewissen leuten und ich wusste nicht von wem es sein könnte naja lange rede kurzer sinn ich habe drauf geguckt und ich habe post bekommen von der lieben gabse ja und ich freue mich mega und ich bin so gespannt was da drin ist weil ja keine ahnung ich bin echt total neugierig und ich habe jetzt auch nur ganz kurz zeit ich bin noch am arbeiten und ich habe jetzt eine halbe stunde zeit und ich hoffe ich schaffe das in der zeit auszupacken und ja das würde ich sagen ich fange auch gleich mal an ich nehme das mal hier aus dem bild kurz hier sieht es übrigens übel aus ich habe es nicht geschafft mein basteltisch aufzuräumen ich habe jetzt alles zur seite geschoben und ja aber das musste jetzt einfach gemacht werden und ja ich packe erst mal hier aus ich halte mal aus dem bild weil da ist die adresse drauf und ja das muss ja nicht sein widerstrebt mehr hier dieses einwand papier aufzureißen aber das ist an manchen stellen schon ein bisschen kaputt weil die post dass sie nicht so gut behandelt hat und ja ja deswegen weiß ich jetzt einfach auf hatte ich schon aber hier zum beispiel hat sie schon loch von der post also ich bin so gespannt was du mir eingepackt hast weil ja ich wüsste gar nicht was du mir da ja schicken solltest oder wie auch immer und das ist ganz schön groß das paket ja ja ich bin echt gespannt so also ein bisschen was kann ich vielleicht schon ahnen aber ich weiß es ja nicht weil gab es und ich wir sind da so ein bisschen ähnlich was unsere vorliebe für 90er spielzeug angeht und barbys und so ein krempel ja vielleicht doch das ist ja alles eingepackt auch gab es doch durch das mal das ist alles eingepackt noch mal ein einhornpapier du bist ja süß hast ja voll die arbeit gemacht was ist das denn das klebt da drauf oh mein gott was hast du denn alles eingepackt hier ist so ein teil dran soll ich das mal zuerst weil das ist eh offen da ist auch noch was drin ja ich glaube ich stelle die kiste mal zur seite weil das nicht platz weg so ich fange jetzt einfach mal mit dem an weil es ja eh schon ausgepackt ist ich hoffe ihr könnt was sehen das licht ein bisschen heller soll ich denke so müssen gehen das ist ja auch sie ist von milka das sieht aus wie was ist denn das das ist ein magnet oder was ja ein magnet sehr cool er kommt ja meine pinnwand der passt da kann ich mehr hin ja mal gucken so da ist auch was drin das hast du ja auch fein zugeklebt hier hoffentlich habe ich das jetzt auszupacken bevor meine nächste kundin kommt gut ansonsten mache ich einen stopp und mache einfach später weiter ist ja dann auch kein problem aber ich bin so neugierig irgendwie mit so einer richtigen post habe ich jetzt gar nicht gerechnet ich habe gedacht vielleicht hast du eine barbie oder irgendwas für mich auf dem flohmarkt gefunden und hast da jetzt eine barbie eingepackt aber das ist ja so richtige post sowas so ist abgefallen wenn ich dann wieder dran ein kuchen squishy du bist ja krass warum schickst du mir squeeze der riecht auch jetzt bin ich echt total geplättet ich weiß gar nicht ja egal ich habe immer so viel scheiß bei einer e-post also ja noch so ein eis das sind diese coolen eisens die sind so toll die kann man so schön squishing ich hole das jetzt mal nicht raus die sind so geil die riechen so lecker da könnte ich mich reinlegen voll toll war da eigentlich irgendwo eine post ich habe gar nicht geguckt ob da eine post ja da war auch eine post oder ja vielleicht hätte ich mal zuerst nach der post gucken sollen anstatt gleich die sachen zu geiern so geil guck mal hier ist die postkarte ein einhorn mit glitzer also toll ich glaube ich lese erstmal schnell okay du wolltest mir schon lange eine post schicken und das aber lieb ja ich wollte dir auch schon mal eine post schicken aber ich habe deine adresse gar nicht gehabt ja voll doof von sammelfreak zu sammelfreak ja voll cool dankeschön ja ich bin immer hier sieht man jetzt nicht aber weiter aus da ist ja eine hello kitty guck mal eine kitty das sehe ich ja jetzt erst ich habe angst wegen den gesichtern ein squishing panda mit rosa schleife ohje ich glaube das packe ich nicht das video in einer halben stunde da ist eine kitty oh ist das süß in so einem rosa gepunktetem kleidchen das ist voll süß voll cool habe ich noch nie gesehen dankeschön so viel süß sachen ist das noch oh ein mickey maus ein zum zum heißen die doch oder ja zum zum oh wie niedlich dass du das alles her gibst ich hoffe du hast die sachen doppelt voll niedlich ja ja von sammelfreak zu sammelfreak das passt ohne scheiß hier klebt auch noch Teber dran habe ich gar nicht gesehen aber das war's nein das war's noch nicht da ist noch mehr drin da ist noch was an die beiden noch was drin oh nein noch so ein oh du bist so verrückt das ist noch zu eine marie oh die ist auch so süß guck mal oh so niedlich sind die nicht teuer weiß das gar nicht oh so süß cool da freue ich mich oh da muss ich mir wieder was überlegen wo ich das alles unterbringe ich muss euch eh nochmal irgendwann mein kleines Schränkchen zeigen so und da unten ist auch noch was drin oh ne wie geil ist das iiiiihihi iiiiihihi ist das jetzt jugendfrei darf ich das zeigen ich sag einfach nix jetzt ist das so guck mal mit augen und das ist so so fein iiiiihihihi iiiiihihi iiiihihi iiiiihihihi iiiiihihi iiiihihiihi wie eklig Oh, der hat sogar einen Mund. Guckt mal. Da, wie süß. Das ist ja geil. Und einen Arsch hat er auch. Oh, nö. Lustig. Ja, ist schon geil, was du alles so hast. Gab's so. Der ist irgendwie so ein bisschen... Ich weiß auch nicht. Squishy auf jeden Fall. Saug geil. Jetzt mal wieder da reinpummeln. Der ist irgendwie so ein bisschen klebrig. Ja, gut. Dann machen wir mal weiter. Hier ist noch was zum Futtern drin. Guckt mal einen von Lind. Oh, wow. In pink. Auch in pink mit Punkten. Wie die Kitty. Voll cool. Ein Huhn. Der was drauf. Ne, steht nicht. Ein Huhn. Es glänzt voll. Voll cool. Dankeschön. Das werde ich mir heute Abend dann gönnen. Nach dem Abendessen. Und dann, ja, weiß ich auch nicht. Die sind so groß, die Pakete. Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes auspacken soll. Hört ihr mich überhaupt noch? Ich packe es. Oh, nein. Guckt euch das mal an. Wie geil ist das denn bitte? Das ist doch Dings. Pinkie Pie oder wie heißt das? Oh, nee. Wie toll. Ihr seht gar nichts. Ich gucke voll an der Kamera vorbei. Oder? Das ist doch dieses... Heißt das Pinkie Pie? Ich weiß es nicht genau. Oh, nee. So geil. Neon pink auch. Oh, voll toll. Dankeschön. Du hast so eine toll... Das ist jetzt schon so toll. Oh, nee. Du spinnst. Ich hab echt gedacht, du schickst mir so irgendwie so ein Viech oder ja, so ein 80er Zeugs. Aber hier kein Kawaii-Kram. Was ist das denn? Oh. Dein Ernst? Okay. Da steht es drauf. Eine Disney-Postkarte. Jetzt werde ich schon wieder Gaga. Dein Tag verdient ein Happy End. Oh, schön. Rapunzel ist toll. Ich mag den Film total gerne. Das ist einfach eine Postkarte. Hier ist auch der so süß. Oh, nee. Ey. Das sind doch nicht... Das sind alle Sticker. Du bist doch bekloppt. Oh, nein. Aha. Gab's. Ja. Ja. Rilakkuma. Voll cool. Ich bin sprachlos jetzt. Wie kannst du mir nur so viele Sticker schicken? Guckt euch das mal an, wie toll die sind. Das ist kein Hello Kitty. Das ist irgendwas nachgemacht. Das würde ich jetzt mal behaupten. Aber richtig toll. So 3D-Sticker. Mit Glitzer. Ja. Oh, cool. Das ist hier. Taunus-Stein. Das ist hier in der Nähe. Wusste ich gar nicht. Kenne ich gar nicht. Voll cool. Ja. Einmal die. Dann die hier. Guck mal, wie süß das ist. Ja. Ja. Du machst mich hier ganz sprachlos. Die sind so niedlich. Hier mit dem Teddy. Äh. Wer ist denn ein Häschen? Oh, süß. Oh, nein. Und... Oh, Disney-Sticker. Krass. Hier, Terkel und IA. Das ist ja cool, was es alles gibt. Oh, nee. Und hinten drauf sind. Ich wollte gerade sagen, hier steht nämlich 4. Oh, nee. Wahnsinn. Mit so einem Goldrand. Die sind so toll. Jetzt weiß ich langsam nicht mehr. Jetzt weiß ich langsam nicht mehr, was ich sagen soll. Und hier mit Tigger und Winnie Poo. Salz rum. Und da nochmal die. Oh, so süß. Und Kawaii-Sticker. Essen. Essen mit Augen. Die ist ja auch geil. Hier die Banane. Wie die guckt. Richtig cool. Und dann hier auch noch mehr von denen. Die sind ja auch toll. So. Das sind so Epoxy-Sticker. Da ist schon so eine Harzschicht drauf. Die sind ja süß. Oh, voll cool. Und hier nochmal so. Oh, die sind auch... Die kenne ich auch, diese Teddys. Steht auch hier Handmade-Glimmer-Sticker. Das habe ich noch nie gehört. Die sind auch da von diesem Grußkarten-Verlag im Taunus. Keine Ahnung. Das habe ich echt noch nie gehört. Das ist ja wahnsinnig süß hier mit der Picknick-Decke. Cool. Und da sind nochmal solche. Und nochmal. Und nochmal. Du Beklopte. Oh, die sind so süß. Dass das überhaupt so erlaubt ist, weil die sehen ja wirklich aus wie Hello Kitty. Dass die da keine Lizenz-Probleme bekommen. Oh nein. Guckt mal. Elephant. Kalf. Kalf. Nee, Kalf wahrscheinlich. Keine Ahnung. Kalf heißt das ja. Baby-Elefant. Oh nee. Ist der süß. Die sehen aus wie selbstkoloriert. Das ist echt interessant. Oh, guck mal, wie süß der ist. Der Elefant. Der hier. Oh, nie so niedlich. Du bist echt bekloppt. Guckt mal, was das für ein Stapel-Sticker sind. Oh Mann. Ich freue mich echt. Vielen, vielen Dank. Da ist ja noch mehr in der Kiste. Tja, was macht jetzt das oder das? Hier ist irgendwas sonst weich. So war es hier so. Also, das ist nicht weich, aber das ist so. Das fühlt sich an. Ist das dieses Viech? Das fühlt sich so hart an. Ich mache es jetzt einfach mal auf. Da sind Bänder dran. Vielleicht hätte ich das zum Schluss aufmachen sollen, aber ist ja eigentlich total egal. Ich mache es einfach auf. Ja. Oh nee, das ist einfach. Das ist doch dieses Ehr. Da ist es unser 80er-Spielzeug. Oh nee, so geil. So, habe ich alles? Ja. Oh, wie cool. Guckt euch das mal an. Wer kennt es noch von euch? Das müsste auch ein Keepers sein. Keepers. Oh, Gabse. Das ist so lieb, dass du mir den geschickt hast. So cool. Ich habe sogar einen passenden Schlüssel dafür. Ich habe diese Schnecke, die hat auch so einen Schlüssel. Müsste ich jetzt mal raussuchen. Aber da ist bestimmt nichts drin. Muss ich mal raussuchen, muss den mal aufmachen. Das ist ein Regenschirm. Ich habe mich schon immer gefragt, oder ein Sonnenschirm, was das sein soll. Aber das ist ein Schirm. Oh, wie cool. Ich freue mich. Die Haare sind so cool. Hier sind sie blau. Die hat Ringbogenhaare. Ja. Da rosa und weiß und blau. Oh, so süß. Ich muss mal googeln, wie die heißt. Die hat bestimmten Namen. Haben die ja alle, die Keepers. Oh, so cool. Ach, ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Kann ich die hier ein bisschen... Ja. So. Können die sie noch sehen. Und dann haben wir noch ein kleines Paket, wollte ich schon sagen. Eigentlich ist es groß. Guckt euch den mal an. Hier, den Sumoringer. Wie geil ist das denn? Sumoringer-Memos. Die schicke ich jetzt mit in meinem Shop. Wenn jemand Bestellung, schreibe ich doch vielen Dank für deine Bestellung. Voll cool. Was es alles gibt, oder? Voll verrückt. Da ist auch noch... Was ist das? Wie weit sind wir denn? 8, 17 Minuten. Das geht doch... Oha. Das ist doch irgendwas. Das ist noch original verpackt. Da steht Hasbro. Also auch Spielzeug. Jetzt machen wir es ein bisschen spannend. Ah, geil. Was ist das denn? Mal da rauskuhlen. Guckt euch die mal an, ey. Geil. Minka-Mark. Okay. Ich wollte gerade sagen, also wenn das nicht misspink ist, dann weiß ich auch nicht. Ist ja geil. Das kenne ich gar nicht. Ah, ist das irgendwie von diesem Pet Shop? Oder so? Ah ja, hier steht's. Littles Pet Shop. Ja, genau. Ist ja cool. Da hatte ich früher auch welche von. Aber die ganz alten noch. Das waren ja andere. Das sind hier so mit so Wackelköpfen. Oh, die hat auch ein Schwänzchen. Guckt mal. Was ist denn das für ein Tier? Die hat irgendwie Löcher in den Händen und in den Ohren. Seht ihr das? Weiß gar nicht warum. Ach, wahrscheinlich kann man das da alles reinstecken. Ah, jetzt macht das Sinn. Da kann man dann den Pinsel und die Palette und was ist denn das? Das sieht aus wie ein Hut. Das ist doch kein Hut, oder? Die hat doch kein... Keine Ahnung, was das ist. Das weiß ich gerade nicht. Bin ich so blöd für... Kann man wahrscheinlich irgendwo da dran machen. Ja, ist ja cool. Die ist so süß. Ich muss die aber auspacken, ne? Also, ich hoffe, das ist kein Vintage-Spielzeug. Ich muss mich da aber... Ne, hier App Store und so. Ne, die kann man ruhig auspacken. Ja, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Die werde ich auspacken, werde mir die hier hinstellen. Ich muss auch mal gucken, weil das ist ja hier so ein Teil. Das kann man doch irgendwie... Irgendwas kann man damit machen. Muss ich mal zusammenbauen. Ja, da freue ich mich. Das ist definitiv... Also, wenn das hier auch mit Pinsel und Farbpalette und so... Ähm, wenn das nicht mit Pink ist, dann weiß ich auch nicht. Echt süß. Und ja... Ich glaube, das war's. Papier ist leer, ja. Oh Mann, Gabse. Du bist echt bekloppt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich freue mich so sehr über die tollen Sachen. Die sind so cool. Und ja, das lasse ich natürlich auch nicht auf mir sitzen. Da muss ich mir auch mal was für dich einfallen lassen. Weil, ja. Auch das hier, das ist so toll. Diese neonfarbenen Perlen. Hast du das gemacht oder haben das deine Kinder gemacht? Das kannst du mir auch mal verraten, weil... Ich weiß gar nicht genau, wie alt deine älteste Tochter ist. Aber die können doch sowas bestimmt auch schon mit den Perlen. Richtig cool. Ja, und das Beste ist natürlich sowieso der Kleine hier. So geil. Mit Gesicht und Arsch. So witzig, ey. Ah, du bist schon echt bekloppt. Oh, das sind so coole Sachen. Ich freue mich so. Ja, dann bin ich froh, dass ich es ja doch noch geschafft habe. In der halben Stunde. Jetzt sind es gut 20 Minuten. Und ja, Gott sei Dank. Ja, wie gesagt. Ich weiß echt nicht. Ich bin schon wieder total geplättet. Also ich war so überrascht heute von dieser Post. Unglaublich. Ich war echt so... Ja, und meine Mama, die war mit einkaufen. Die hat dann auch gesagt, ja, das mit dem Einhornpapier, das ist bestimmt für dich. Weil meine Mama sagte, sie würde auch gerne mal Post mit Einhornpapier bekommen. Aber nee, kriegt sie leider nicht. Ja, dann hoffe ich, das Video hat dir gefallen, mein Lieber. Vielen, 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 vielen Dank. Fühl dich gedrückt und geknutscht. Und ja, ich freue mich so mega. Ja, und jetzt werde ich erst mal gleich weiterarbeiten. Und heute Abend werde ich dann mal gucken, werde ich die mal wegräumen, werde das mal hier auspacken. Und ja, meine Sachen hier irgendwo unterbringen. Mal gucken, wo die landen. Vielleicht landet sie bei Herbert Murmel im Regal oder so. Mal gucken. Und auch die, die sind auch so süß hier. Das wäre auch was für meine Schwester. Die steht auch total auf Marie. Aber nee, die ist mir. Die hänge ich mir irgendwo hin. Die kann man auch sammeln, ne? Ist schon cool. Ja, also dann. Danke nochmal für alles. Und wir hören uns. Und ja, dann hoffe ich, das Video hat dir und auch den anderen gefallen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.